Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf Solution Live. Wir krachen heute rein, das Rennbike steht noch auf der Liste. No Spoiler, aber ich bin heute eine sehr, sehr, sehr cleane Runde gefahren. Ob wir die gewinnen oder nicht, werdet ihr gleich sehen. Lasst die mir da, bewerben, kommentieren, nicht vergessen, Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Viel Spaß mit dem Video. Let's get it. Okay, gute Karte, aber in der Lobby geht nix. Das ist wirklich brutal. Das ist die, das ist, glaube ich, sogar vielleicht die heftigste Lobby-Challenge. In so einer Lobby war ich noch nie. Von den Punkten her. So viele mit so vielen Punkten. Und dann spiel ich mit so einem Miss-Card hier. Gib mir die Bärchen-Bolino und ich werde die immer Erster, sage ich. Mache ich hier auch ein Back-to-Back. So, hab's gesagt. Oh, ich darf diese, diese Kurven nicht fahren. Das darf ich nicht machen, leider. Ach, ich rede mir nicht auf. Ich lasse mal los. Ich werde hier aber eine Freie-Elf sein. Ich werde hier aber eine Freie-Elf sein, so. Oh, das ist so ein Ding so drauf. Okay. Gut. Eine Fernblau. Ich bin da. Oder ich bin da. Bitte. Ich werde jetzt die einzige Chance. Moment. Hold it. Hold it. Nein. Holy. Oh, ich bin so einer aufgefahren. Ich glaube, er ist nicht mehr gültig. Ah, doch. Genau, gültig. Alle über alle, nicht alle über 10.000. Vielleicht smuggeln. Ich glaube, ich smuggle hier in der Runde. Ich smuggle hier in der Runde. Hat auch nicht einmal funktioniert, aber ich gebe nicht auf. So, und diesmal nicht so ausreizen. Rakete und goldener. Ich glaube, ich muss das... Braucht man das alles? Nee, Digi. Das muss irgendwann mal klappen. Ein Geschenk ist grauenvoll. Ich smuggle hier wieder. Ach, du Scheiße. Okay. Let him cook. Rakete. Bierpilse. Ah! 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 Ja. Ja. Also... Also, war jetzt vielleicht... War jetzt vielleicht nicht die Strait. Ah, ich lieb die Karte so sehr. Aber nicht mit diesem Mistbike. Kein Pilzbruch. Obwohl... Fert sich gar nicht so übel. Ah, lassen wir unkommentiert. Geht das? Oha. Oh. Okay. Okay. Wenn ich jetzt einen Pilz bekomme, wäre es so, so huge. Ein Pilz wäre jetzt so insane. Bitte. Ah, schade. Sehr, sehr schade. Oh, schade, Mann. Ein Pilz wäre so peckig. Nein! Nein! Nein, nein, nein. Oh, einmal Glück im Leben. Lass mich diesen Pilz durch... Oh mein Gott, Glück! Einmal diesen Pilz durchbringen. Bitte. Ich feiere so eine gute Runde, Digga. Das ist geistkrank. Nein! Ich habe sie nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wer hat es verdient? Wer hat es verdient? Ich schock jetzt. Ich habe Angst, hier. Reaktionsmäßig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, die Rakete. Digga, ich bin noch nie im Leben... Ich habe ein Black Screen. Holy Shit! In der Lobby, Digga! Ey, ich bin noch nie so clean gefahren. Hilfe! Das war die best... Also, glaube ich, eine der besten Runden, die ich je gefahren bin. Holy Digga, das war so clean. Oh, der Pilz auch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Let's go! Holy Shit, Digga! Ich bin richtig stolz gerade. Perfekt, wieder losgefahren bei der Blauen und der Partner. Ja, genau. Die Blaue mit einberechnet alles, Digga. Wow! Aber das war eine Performance. Das war eine Performance für die Götter. Eine des Karls würdig! Letzte Runde für das Video. Seier! Oh mein Gott! Die hat mir gerade so einen dritten Frühling gegeben. Die hat den zweiten Frühling übersprungen für den dritten. Die hat das Kart nicht geändert. Ach du Scheiße. Okay. Für die Unsterblichkeit gehen wir für den Back-to-Back. Kart nicht geändert, ist okay. Wir gehen für den Back-to-Back. In dieser Lobby hier. Auf der Karte, die ich gefühlt auch nie gewonnen habe. Wo bin ich hier am besten? Ich weiß gar nicht. Ein Boost-Feld. Ja, war wieder... War wieder... Oh mein Gott! Das wäre sogar gut... Das war sogar gut, glaube ich. Wäre ich da nicht getroffen worden, wäre das sehr gut gewesen, meine ich. Nein, das ist... Das war letztes Mal genau so mit den Interbikes. Natürlich. Lässt mich genau da, wo ich kein Geschenk bekomme. Back-to-Back ist, glaube ich... Jetzt brauchen wir ein Wunder. Jetzt brauchen wir hier ein Wunder. Ah, das ist kein Wunder. Das ist ein Tritt. Das ist ein Tritt. Ah! Nee! Es ist... Ich hätte einfach nach der Runde nicht aufhören sollen. Mit diesem Kart hier. Mit dem Bike. Das stinkt so sehr nach dem Stank. So, ich mache es so. So. Das war gut. Ja, wer ist noch mit einer Rocket hier? Benneunter. Benneunter, hab gar nichts mehr. Wer ist noch mit einer Rocket? Gut. Mockt. Ein Gichtanfall. Hä? Ah! Boah! Ach du... Ach du Scheiße. Nach einer God-like-Performance kommt dann jetzt sowas hier. Ist das verrückt? Ist das verrückt? Ist das fair? Ach du heiliger Hase. Nicht eine Rocket liegt aber auch an den Arten. Items. So, ich spreche es aus. Die Items gönnen wir nicht. Hätte ich hier mal eine Rocket bekommen, wäre es... Ja. Wahrscheinlich der Back-to-Back geworden. Mit den Items kannst du auch nicht arbeiten. Auch nicht als Kahl. Natürlich. Stern. Nutzlos. Ah! Bitte. Raus. Ob wir mit Spaß gehabt. Erhaltet mich so in Erinnerung, wie ich letzte Runde gefahren bin. Nicht so. Das hier ist mich respektlos. Schild ist um. Bis morgen in alter Frische. Grüßchen aufs Nüsschen. Bitte. Danke. Schilder. Bis bis kurz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jersh